Archivware Jeden Samstag präsentieren wir einen Beitrag aus dem Jahr 2022, der immer noch ganz frisch ist. Archivware. Samstags um 10.30 Uhr hier bei Radio München. Da sind diese Blasen, unsere Blasen. Herzlich willkommen bei Radio München. Wohlen im Februar 2021. Mara nimmt nicht nur als Künstler das Auseinanderbrechen der Gesellschaft wahr. Mara ist auch Dr. Marcel Ramsayer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie im Aargauer Land in der Schweiz. Sein Text zur damaligen und aktuellen Krise heißt Blasentee. Sabrina Khalil hat ihn aufgestöbert und gesprochen. Lieber Freund, Gehen, wer sich nicht mehr findet im Gespräch? Wahrscheinlich hast du intuitiv recht gehabt. Denn da sind diese Blasen. Unsere Blasen. Und dann ist da noch dieser Blasen-Tee. Die Angst vor kognitiver Dissonanz, gleichermaßen mentale Schutzfunktion und ewige Scheuklappe des Homo sapiens verwehrt uns echte Meinungsglaubens- und Forschungsfreiheit. Nicht umsonst gehört Doppelblindheit zu den Goldstandards der Naturwissenschaft. Unser Denken und Handeln beruht nicht etwa auf Wissen, sondern bewegt sich innerhalb einer Vertrautheitsblase. Einer Blase von Vertrauen darauf, dass etwas so und nicht anders ist. Die vertraute Ordnung dieser Blase strukturiert und triagiert unser Wissen und Verhalten in der Welt in akkurate, gut verdauliche Gewissheiten und Haltungen, die uns an- und einpassen und bewahrt uns vor ständiger Denkarbeit und sozialer Ächtung in der Peergroup. Fester Boden unter den Füßen, beruhigende Gewohnheiten, die nicht weiter erklärt werden müssen, Ordnung und Sicherheit statt quälende Zweifel. Je mehr bereits in die Blase investiert wurde, desto mehr wird man auch weiter investieren, um den Kurs halten zu können. Zweifel werden ausgeschieden. Unser Blasen-Tee. Die Vertrautheitsblase weist uns den Weg, gibt Halt, Orientierung und damit eine Perspektive. Man weiß, auf welcher Seite man steht und auf welcher besser nicht. Wer dazugehört und wer nicht, Freund und Feind, links, Mitte, rechts, Wahrheit oder Fake. Ohne die Stabilität unserer Vertrautheitsblase wären wir destabilisierte in permanenter Ungewissheit freiflutierender Angst, am Zweifel Verzweifelnde und letztlich zum Wahnsinn Getriebene. Denn echte Meinungs-, Glaubens- und Forschungsfreiheit wohnt nun mal im Luftschloss maximaler Unordnung, zumal unser insuläres Wissen niemals hinreichender Stecken und Stab sein kann zur Bewältigung eines unaufschiebbaren Lebens ohne Gebrauchsanleitung. Stattdessen nötigt uns ozeanisches Nichtwissen und Ratlosigkeit zur Vertrautheitsblase, zum geglaubten Wissen, zum Glauben, zum verzweifelten Dazugehören und zum Ausscheiden von Zweifeln. Zum Blasentee. Und die Vertrautheitsblase befähigt uns überhaupt erst, es miteinander auszuhalten. Arm in Arm, Hand in Hand, Seite an Seite, wir und die anderen. Sie ist ein grundlegender Mechanismus zur Lebensbewältigung. Das ist tragisch und das ist wahr. Überzogen von einer Flut von Informationen haben ja gerade wir, gebildeten Intellektuellen, die Illusion von Informiertheit. Wir fühlen uns über alles Wesentliche unterrichtet, um abends aufgeklärt und wissend ins Bett zu steigen. Dabei verkennen wir, dass wir es uns einfach bequem gemacht haben in der Komfortzone unserer Vertrautheitsblase. Aus Angst vor Nebengeräuschen in der trügerischen Ruhe, vor der anderen Meinung, vor der Freiheit, der ewigen Ungewissheit, der permanenten Unruhe. Aus Angst. Wenn echte Freundschaft meint, laut denken zu dürfen, dann mag uns dies bei übereinstimmenden Vertrautheitsblasen vielleicht gegönnt sein. Werden die gemeinsamen Gewissheiten und Haltungen nun aber zum Beispiel durch Kritik, Opposition oder Widerspruch einseitig in Frage gestellt, beginnt sich die Ehe der Blasen aufzulösen. Die synchrone Diurese, der zweisame Blasentee, versiegt. Man weiß nicht mehr, auf welcher Seite man steht und auf welcher besser nicht, wer dazugehört und wer nicht, wer Freund oder Feind, ob links, Mitte, rechts, was Wahrheit ist oder Fake. Die trügerische Ruhe wird gestört, statt Ordnung und Sicherheit herrscht nun Zweifel. Beruhigende Gewohnheiten sind es nicht mehr, der feste Boden unter den Füßen wackelt. Das macht Angst. Dann aber sind Wut, Aggression, Abwertung des Anderen, Gleichgültigkeit bis hin zum absoluten Kontaktabbruch eigentlich nur noch naheliegende Schutzfunktionen. Einsamer Blasentee, bevor die Blase platzt. Echte Freundschaft ist nichts für Angsthasen. Auf unsere Freundschaft. Mara Blasentee von Mara alias Dr. Marcel Ramseyer, Schweizer Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Gefunden und gelesen hat den Text Sabrina Khalil. Gefunden hat das Kunstwerk auch der Schweizer Historiker, Kunsthistoriker und Psychologe Dr. Walter Studer, dessen Werkskommentar ich anfügen darf. Dem guten alten Medizinalkräutertee, dem für die Blase, ein Monument. Errichtet in einfachster, ja minimalistischer und den Kunstbanausen fast peinlich simpler Machart als Maras Werk Nummer 1-2-3. Und warum auch nicht? Hält doch die altehrwürdige, aber heute oft verschmähte oder pseudo-esoterisch fehlinterpretierte Kräutermedizin nach wie vor, was sie verspricht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Betrachten und ehren wir also damit dieses einfache Produkt, das auf dem Podest platziert und geeignet illuminiert, unter 1 zum Denkmal, zum Denkmal und zum Denkmal wieder ein wenig nachmutiert. Uns zum Assoziieren animiert, zum gedanklichen Spaziergang der Seele und den Geist reinigt und so auf einer rein abstrakten Ebene durchaus einen Zusammenhang zur Funktion des Blasentees erbringen kann. Gut gelungen, dieses Oeuvre. Allein schon, weil Maras Prolog sich diesmal als eine annähernd brisante und geheime Mischung aus Gedankengängen politischer Natur und Wissenschaft, persönlicher Überzeugung und Altem und Neuerlebtem und was nicht noch allem präsentiert. Bei mir hat sich der Eindruck festgesetzt, seine Gedanken kämen zwar wohl moderiert daher, galoppierten aber dennoch in alle Richtungen, auch in jene Bereiche, die möglicherweise nicht betreten werden sollten. Es ist nicht zu verkennen, es geht um Liebe. Es geht um Freundschaft, um einen Freund, der in einer für den Kunstwerker wichtigen Überzeugung offenbar divergenter Meinung ist und ihm dies in aller Deutlichkeit und getrieben von der Dynamik des Moments und wohl auch der körperlichen Präsenz unseres Kunstwerkers in absoluter Form beibringen musste. Wohl wahr, wenn Mara einen jener ewig recht reklamierenden, qualitätsvollen Kalendersprüche zitiert, in dem er in Großschrift erinnert, dass Freundschaft nichts für Angsthasen ist. Wie interpretationsbedürftig solche Wahrheiten sind, weiß er natürlich selbst, und auch wenn der Spruch richtig ist, muss man beifügen und sie muss die Freiheit des Freundes schützen. Will sagen, Freunde sollten nicht zum Andersdenken gedrängelt werden. In diesem Sinne wird, so hoffe ich, diese Trennung nicht ewig halten. Alles in allem ein typisches Werk Maras, ein humorvolles und bedenkenswertes Kunstwerk, dieses N123 und der Prolog trotz intellektueller Form, ein Vulkan an Menschlichkeit. Soweit der Werkskommentar des Kunsthistorikers Dr. Walter Studer. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Tag und Abend. Ciao, servus. Das war unsere Archivfahre aus dem Jahr 2022. Immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München. 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 Vielen Dank.